Hallo, schön, dass ihr wieder da seid zu meinem Trailer zu DVD Erntedank 2022 in Brug. Brug ist ein kleiner Ort im Münsterland mit etwa 1.000 Einwohnern und da findet alle fünf Jahre der Erntedank-Zug statt. Leider, diesmal natürlich verspätet durch Corona. Mit 58 Gruppen und da war wirklich jeder auf der Straße. 1.000 Einwohner und am Rand standen dann noch 7.000 Zuschauer. Hinter mir seht ihr jetzt Material, was es nur auf DVD geben wird. Falls ihr die DVD bestellen wollt, siehe meine E-Mail. Jetzt machen wir es gleich zusammen und dann sieht das aus wie der Original-Ertekrone, nur eben mit Schnapsflaschen statt Stroh. Und wie viel machst du davon dran? Hunderte. Hunderte. Also die Mädels auf der einen Seite und die Herren auf der anderen, oder wie habt ihr das vor? Nein. Und wie der schrauben kann? Der Erich. Der Frühling zieht mit Macht ins Land und bringt uns feine Kräutchen. Christian, du kommst immer nur dann, wenn du durst hast, deswegen bist du so häufig hier. Ja, genau. Was reißt ihr denn da runter? Ja, lass mal kommen. Gott. Ja. Gott. Ja, die hätten damals den Filmmotor geboren, aber das war schon beim Gerätenträger und das lief nicht. Ja, keine Panne, ne? Ja. So, da bin ich nochmal. Tschüss. babe. Ja. Bis bald. Ja. Cheers, Untertitelung des ZDF, 2020